Ähm, weiter geht's mit Sword Art Online, lass zocken. Ich hoffe, ihr habt die letzten sechs Minuten gesehen. Entweder hier vor oder in einem separaten Part. Irgendwas ist gerade bei mir auf dem PC komplett abgestürzt, deswegen hat es nicht funktioniert. Ähm, falls ihr das nicht gesehen habt, ja, es gab einen großen, großen Sword Art Online Patch mit Balancing und... Ähm, noch ein paar andere Sachen und ein neues Save-System und so weiter und so fort. Wir haben jetzt gerade eben mit den drei Anführern gesprochen, mit den Scyth, mit den Sylphen, also Sakuya von den Sylphen, dann die, also die drei Anführer und Eugen. Ähm, ja, ich hoffe, das habt ihr gesehen. Ich kann es, ja, ich weiß nicht, irgendwas ist gerade bei mir abgestürzt, mitten in der Aufnahme, und ich weiß nicht, ob die Videodatei defekt ist oder nicht. Ich würde gerne immer noch zum... Ich würde gerne immer noch zum... Wow! Es hat sich schon lange gedreht. Ich bin mit dem Spalm und Arbheim. Ich möchte schnell die nächsten Kwestern machen. Welche Fühle werden wir in diesem Fall? Ich möchte schnell die Flügel machen. Wir wollen zusammen, Fina! Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich Egil sagte, wenn ich mich kurz vor. Ich weiß nicht, was ich tun? Okay, alle. Heute ist es gut. Danke schön. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, genau. Ähm... Dann... ...dass ich wieder um die neue Gebäude... ...und... Papa, Mama, guten Morgen! Yui-chan, guten Morgen! Ich glaube, es gibt Menschen in der Stadt. Ich glaube, es könnte ein Problem sein. Ich bin gespannt. Okay, gehen wir mal. Yui, können wir alle anrufen? Ja, Papa. So, wie gesagt, wir spielen zurzeit ein wenig Sinon zusammen mit Kirito und Asana. Einfach nur, um zu gucken, wie das mal so ist und um zu testen, wie die Dialoge da sind. Also ob die dann jetzt nur noch mit Sinon reden, weil Sinon gerade die Hauptfigur ist, weil ich sie steuere, oder? Ja, ich weiß es nicht. Können wir jetzt endlich in die Schmiede? Hoho, sie blinkt. Ich glaube es ja nicht, wir können die Schmiede. A crafting shop? Items? Wait, what? A cafe? What sort of shop opened? It's tough collecting the materials for weapons. I will have to show this place to my friend. Okay. Wir gucken mal rein, was Egil da so verbrochen hat. Das ist nicht die Schmiede. Das ist nicht die Schmiede. Es ist nicht die Schmiede. Es ist nicht die Geschichte. Ich habe keine Schläge. Ich kann mich auf diesen Schmiede zu hören. Ich habe keine Schritte genommen. Bye, nein. Ich habe keine Schritte, wenn Sie hier mit Kiritus über die Skadern geben können, können Sie auf den Kiritus abitragen? Oh ja, da ist das nicht die Schmiede. Ich habe hier ein paar Jahre lang, um hier zu verkaufen. Egil der Verkaufgabe, das ist das. Ja, das ist das Verkaufgabe. Ich habe die Bewerber und die Verkaufgabe. Das ist das die Bewerber. Hey, hey. Das ist nur so, dass ich das. Ich bin nur ein Witzig, aber ich habe nur einen Witzig. Ich bin nur ein Witzig, der hier bei einem Klavier-Konferenz zu kommen. Ich bin auch ein Witzig. Ich bin auch ein Witzig, der Egil. Ich bin auch ein Witzig. Ich bin auch ein Witzig. Ich habe auch einen Kajien hier gemacht. Hey, Kirito! Ich habe auch hier gesucht, die ich hierher habe. Ich habe auch einen Kajien hier gemacht. Oh, das ist das? Ich habe nicht mehr wissen. Ich habe mich mit Egil gesprochen und mich überrascht, und ich habe mich geholfen, mich zu bemerken. Ich habe eine große Herausforderung für die neue Eriein. Ich habe eine große Herausforderung für die neue Eriein. Das war's für mich. Das ist die Strecke, die die Strecke stärker werden. Oh, genau. Wenn ich die Strecke benutze, dann kann ich die Strecke stärker. Wenn du willst, dann kommst du an. Ja, das ist gut. Ich bitte. Lass mich nicht. Das war's. Das war's. Also haben wir die Begründung vorbereitet. Ja, dann können wir die Begründung des Zubalt-Eriens beginnen. Erstens, die Wurzelnung des Zubalt-Eriens. Jetzt müssen wir nur die Begründung des Zubalt-Eriens. Wenn wir die Begründung des Zubalt-Eriens werden, dann werden die anderen Fühlen geschlossen werden. Ich glaube, das ist gut. Die beste Anscheinung ist, was die Führe des Führe und der Fall abgämmert. Wir müssen jetzt die Daten der Vork林 aufrufen, die wir jetzt abgänzen. Ich denke, dass ich den Führe auf dem kleinen Führe und den Führe in den Führe zu erneben muss. Ich denke, dass diese Führe ist, aber es ist eher eine große Anwendung des Führe. Ich weiß nicht, ob ich es nicht umgekehrt habe. Ich weiß nicht, ob ich es nicht umgekehrt habe. Ich weiß nicht, ob ich es nicht umgekehrt habe. Ich kann es nach oben nach dem Schirm nach oben. Eitem, you can identify it by bringing it to the smithy and selecting identify item. Once an item has been identified, it can be equipped. Sehr schön. Identify items. Wir haben hier. Kostet das was? Void eggs. E.P. Rapier. Weizen. Round Buckler. Okay. Jetzt können wir auch, wir könnten ruhig Sachen. Wir brauchen dafür einen. Chance auf uns. Was bringt das denn? Das ist die Folge. Achso, das ist einfach nur. Equipped by Kirito. Divination. Und Weizen. Wo stehen denn die? Kann. Nein, Moment. Kann ich nicht irgendwo die Daten dazu sehen? Ich kann hier verschiedene Waffen machen. Wohl. Oder auch nicht. Ne, ich kann die. Moment. Ich, ich, ich mach das einfach mal. Ah, okay. Ich muss einfach, okay. Ihr habt chosen, äh, to enhance your Divination Open Attack. Okay, das würde halt so und so viel hoch gehen. Das ist natürlich ganz witzig eigentlich. Wie sieht's mit meinem Rapier aus? Oh, ich glaub wir haben auch tatsächlich einen neuen Rapier. Wir könnten uns erstmal an was wir hier, äh. Haben doch hier wunderschöne Leute zum Equippen. Party Members. Kirito, fangen wir mit Kirito an. Equip. Wir haben, das sind Weizen. Was bringt denn mehr? Achso. Hallo. Divination. Das bringt 40 bis 60. Was bringt Weizen? 60 bis 90. Uh. Schön. Sehr schön. Wir haben also jetzt Weizen, äh, haben wir. Dann haben wir. Ja, Skill. Ja, Skill. Danke. Super. Ja, doch. Arsena, bitte. Equip. Main White Stinger. Ich nehme tatsächlich auch an, dass wir hier... Achso, da steht's auch. Ne. Doch, 28 bis 58. Gut. Effekt. Da ist sogar noch ein Effekt drauf. Was der genau bringt, das weiß ich nicht. Aber das ist gut. Sehr schön. Äh, Outfit habe ich auf Original Outfit gestellt, ne? Ja, genau. Ähm, was auch immer das jetzt heißt mag. Was ist mit Sino? Ja, die, die... Wir können mit Sino, glaub ich, äh... Wir haben nur einen Bogen. Okay, äh, dann werde ich die jetzt noch nicht, oder werde ich die jetzt doch auf... Werden. Werden. Könnt ihr mal hier gucken, hier. Bow. Raffaga. Könnt ich eigentlich theoretisch einmal aufwerten. Das kostet mich einen einzigen Sand, ja? Mal eins. Okay. 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 Was ist mit dir? Kann ich dir Sachen kaufen? Prochase. Ja, war klar. Prochase Weapons. Tausend Gold. Oh, die... Polish Sword. Ähm, okay. Aber das sind relativ standardmäßige Waffen, natürlich. Ja, standardmäßige Waffen. Äh, Prochase Accessoires. Krass, das könnte interessant sein. Die sind aber natürlich auch viel zu teuer. Und dann gehen wir tatsächlich raus. Ich möchte mal wieder in die freie Umgebung, in die... Ich möchte mal gucken, wie sich's mit, äh, Sinon kämpft, tatsächlich. Wie sich's mit Sinon kämpfen lässt. Hi, Ki-Bo. Ki-Bo? Vielleicht... Argo? Ah, SAO, ja, na. Moment mal, ist das der Information Broker? Ki-Bo, no, Wa-Sawa, o-Retch, ni, motore, i-ter-so. Go-Tchino-Secai-de-mau-e-kaw-ra-se. Munchanakangi de abaretele-rassi-na. Ha, ha, SAO, no, no, na, so, you-argo-a-doh-na. Tats... 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 Tatsächlich, ich erinnere mich an ihn. Den, äh, sieht man bei der Folge vom Schneemann, also beim... Beim Weihnachts-Special, beziehungsweise bei den Weihnachten, wo er versucht, das, äh, Item vom verrückten Weihnachtsmann zu bekommen. Da sieht man den Information Broker. Er hat zwar eine Kapuze auf, aber ich hätte, hatte jetzt gerade direkt an ihn gedacht. Die Kee-Bo hat zack-Bas oder die Seine der Kee-Basche-A-R-V-Heym. Ah, ja. Insofern kann ich nachdemo die Informationen bei den Argo selbst kommen. Natürlich. Die Kee-Bo, die in ihrer Bekästung zwischen SAO-Betatest. Man fragt mich auch auf Argo berührt, was erinnen. Aber... dann war das einfach gut. Argo, was auch? Den kann ich auch spielen. Wie viele Leute soll ich denn hier spielen können? Holy shit. Also nicht, dass ich es nicht geil finde. Ich will nicht, aber ich will nicht, dass ich es nicht geholfen kann. Wie geht's? Danke. Ich bin in diesem Schiff. Können wir mit Sinon ein bisschen trainieren. Hoffentlich. Und nicht krepieren. Krepieren geht auch. Warum ist hier eine Quest angezeigt? Operation Save System? Ne, was? Verdammt. Passt. Und damit haben wir übrigens die Erklärung, die mir schon aufgefallen ist und vielen anderen auch, von wegen Beidhandlichkeitsskill etc. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich glaube, dass es ein Prüfungsprogramm für SAO-Programm ist. Wie gesagt, hast du dieses System für den Menschen gewonnen? Ja, ich habe es nicht gewonnen, aber ich glaube, dass es ein Spiel zu machen. Ich denke, dass es ein Spiel zu machen, wenn es das Spiel zu machen. Ja, ich glaube. Ich glaube, das ist das, was ich. Ich glaube, ich glaube, dass ich das nicht so mache. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Typ. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, es ist der Vorteil der Sub-Balt-Arbheim. Ich glaube, es ist die wichtigste Zeit. Ich glaube. Wenn man die Zeit für die Oss-Auswahl hat, dann wird man die anderen Spieler weg. Ich bin ehrlich gesagt, ich möchte eine Original-Auswahl machen, aber ich habe keine Zeit. Wenn man ein paar Tage weiterentwickelt, ... Sie sollten eigentlich nur kurz speichern. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Aufnahme beenden sollte, weil mir das Spiel abge... Also weil mir das System eben abgestürzt ist, oder nicht? Wenn ich Pech habe, ist der Part dann aber nur 17 Minuten lang, wenn die 6 Minuten wirklich defekt sind. Das heißt, ich würde gerne noch ein kleines paar Minütchen weitermachen. Denn das ist entweder ein 20-Minuten-Part oder ein 26-Minuten-Part. Na gucken, wir gucken mal, wir gucken mal. Gut, wir gucken mal raus hier. Ich möchte gerne den Typen retten, natürlich. Wo ich jetzt ein bisschen an Folge 13... Nee, 11... Nee, 10... Fuck. Nee, ich muss... Ihr wisst, glaube ich, welche Folge ich meine. Ich weiß aber, wer hat die Folge Nummer tatsächlich nicht. Oh, die hat coole Flügel. Oh, das gefällt mir. Ist die noch nicht cool... So, Moment, jetzt möchte ich ihm eben... ...fuchmodus ändern. So, ich muss mal eben gucken, wie greif ich den an. Äh, du greifst... Oha. Oha, Moment mal. Ich habe, wenn da jetzt noch nicht ganz durchgegeben. Okay, ich muss gestehen, ich mag es nicht, mit mir zu spielen. Also, es ist halt absolut irgendwie nicht meins. Also, ich bin... Wow. Äh, ich komme dir überhaupt nicht klar. Also, ab... ...gesehen von irgendwelchen... Oha. Also, ich habe hier irgendwas... Irgendwas habe ich hier. Error. Ich kann nur... Ich kann nur Pfeile benutzen. Also, ich kann so normal drauf schießen. Da mache ich so viel Schaden, wie... Dreieck funktioniert überhaupt nicht. Also, Dreieck... Oha. Oha. Oh, ich würde sie echt gerne spielen. Aber das könnt ihr voll knicken mit mir. Also, wie gesagt, man kann hier natürlich aus Range einfach... Blindlings drauf ziehen. Das dauert dann auch nur 10 Jahre. Ähm, tut mir leid. Sinon, aber... Äh, wir werden keine... Wir werden tatsächlich keine Freunde. Aber es ist gut. Es ist gut, sowas zwar zu testen. Aber, äh... Sinon kann gerne in mein Team... Wenn der MPC sie steuert, alles in Ordnung. Ich kann die nicht steuern. Das geht nicht. Also, ich bin nicht kompatibel damit. Das ist mir zu... Das kann ich nicht. Wir können natürlich auch mal... Agile oder so ausprobieren. Weiß ich nicht. Wenn ihr Wünsche habt, wen ich mal mitnehme, schreibt mir die ruhig unten in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Einfach mal gucken, wen ihr denn gerne so mitnehmen habt. Oder ob ich zum Beispiel einfach nur mit Kirito die Hauptmission erstmal durch... Also, mit Kirito großenteils spiele. Und erstmal nur die Begleiter wechsel. Um mal zu gucken, was da so rauskommt. So, ich kann das drehen. Wie gesagt, Filia kommt aus Hollow Fragment. Und Strea kommt aus Infinity... Ich weiß nicht, wie heißt... Infinity Memories oder so? Von der PSP. Also, die kommen aus anderen Spielen. Von Sword Online. Was können wir eigentlich auch mal... Argo. Was kann denn Argo? 1110. Agile. Filia. Strea. Also, ihr könnt gerne mal einfach... Bescheid sagen, was ihr denn gerne so möchtet. Ob ich darauf eingehe, ist was anderes. Also, mich würden eure Vorschläge aber sehr interessieren. Also, ob ich es dann wirklich mache, ist ja... Wie gesagt, wenn jetzt alle sagen, ich will aber das mit Sinon spielst, kann ich das leider nur denyen. Das wird nichts denn... Funktionieren.